So herzlich willkommen wieder zurück zu Age of Wonders 3 Was ist passiert? Hier wurde etwas eingenommen Was diese Drachenhöhle halt Ich weiß ich hab den mit denen besetzt Wagt der Schläger Aber war halt alleine Nicht so vorteilhaft Ich hab dann versucht gegen die zu kämpfen Aber Hasch hat keine Chance Auch wenn du ein Halt ist Ja Hasch hat keine Chance Und ja Genau Ich werde die jetzt angreifen Davor werden wir aber noch was machen Das ist doch Ach ne das ist scheiße Äh wir machen mal Das da Mach So danke Ein Armee Dank für schulden Ja ich lass dich jetzt einfach mal dort Die soll sich Die soll da bleiben Danke Und dann Meine Hauptarmee sozusagen Meine stärkste Armee Guck mal hier Garde Elite Okay Kannst gar nichts mehr machen So Armee benötigt Befehle Ähm Bleib einfach mal dort Und dann Werden wir die jetzt angreifen Jawohl Angriff Natürlich Manuel Auch wenn er ein bisschen angeschlagen ist Ist es egal So stark sind sie halt nicht Sie sind halt zu dritt Sorry sorry So Ich hoffe es passt Ich bin leider nicht drin Doch kann ich schon Noch kann ich schon So sind halt zu dritt Und ähm Ja Allein hast halt kein Schuss Aber jetzt sind wir zu Was gerade los man Okay Nochmal So sind halt zu dritt und So weiter und so fort Klar So ist es gebracht Sie hat den ersten Schlag Ich bin scheißegal Witzel Warten Okay dann halt nicht Ähm Okay Erstmal nach da Okay Wieso ich den nicht angreif Wenn du ihn angreifst dann greift er wieder zurück an und dann ist er tot weil er nur drei Leben hat Ähm Ähm Ja Geh mal nach vorne Das ist ja nicht Beide kann trotzdem Doch ich geh mal noch da Das war um klug aber egal Dann wird der wenigstens geschützt Dann wird die wenigstens geschützt Dann 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 müssen wir mal gucken Greifen wir Erstmal 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 Hintern Weil sowas ist eigentlich 35 Mal 35 15 15 Mathekünste hier am Stüssel Egal 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 Ja Alter Was? Was? Monocall Wer hat neun Leben Ja Wer hat neun Leben Ja Wer hat neun Leben Der Vorteil ist halt an Orcs Ist halt ja Das die Stark sind Der starkste Ja Ja Da greift er das mit denen an Gott ist halt trefft man meist schon Ich hätte von hinten kommen sollen Aber egal Egal Ähm So dann kann ich euch mal zeigen was ich so Gebaut hab Genau das hab ich gebaut Neues Mein Goldvorkommen ist Nicht schlecht Zwei Alter Alter ähm das was hinten rauskommt halt Das ist ziemlich viel Wenig Was ich hab aber viel was es kostet Ich hab aber wieder nur Scheiße Okay ähm Ich muss mal sagen Hausruhen hier ne stundenlang Da eine Runde Wenn man es halt will Und dann Wir könnten eigentlich Legendäres Verlies mal erkunden Von so nah her Ist halt einfach von Fünfer so der bleibt jetzt einfach mal hier Wie gesagt wieder Das würde allerdings ein bisschen den Rahmen von Video springen Video war wir Wir speichern einfach mal hier Schurke Spiel speichern Ja Einfach so halt ähm Und dann Das wird richtig gut wenn wir dann Gute Sachen machen können Und zwar Drachen Drachen sind besser wie Riesen Auch wenn die halt so einen Kampf zwischen sich haben Wenn die soziale Probleme so haben Ihr versteht was ich meine Dann ja Also wird so in der Geschichte gestimmt Zumindest Ah das ist doch ein Ja Macht keinen Sinn Also Transen stärker wie Riesen Auch wenn Riesen So mittelmäßig Tanki sind Transen noch mehr Tanki Deswegen Sind sie einfach besser und sie können In der Strategie Karte und in der Taktik Fliegen was mega mega geiles Von dem her Sind einfach besser Auch teurer und klar Gold ähm Gold Drachen sind besser Gehen als andere Also Riesen habe ich glaube noch nie ausgebildet Beicht die Nicht Macht jetzt auf alle Fälle Sinn Schmiedepriester Kann es einfach sein, dass Die irgendwie einfach schlecht ist Wobei okay die auch macht die auf sich legen Die sind alle nicht so gut Sind halt Orks ne Stark im Nahkampf Fernkampf sind sie halt nicht so gut Aber ähm Das passt schon So Okay 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 Ja Ich liebe es Nicht Ähm Was ist das hier? Wow Nice Nice Okay das ist gut Das ist richtig gut Ähm Wir nehmen mal den Okay Wir rücken nur leicht vor Damit die Dänerwand fangen So spannend Action hier ne Die Maps finde ich auch mega cool Ich mag irgendwie damals mochte ich Fantasy fast gar nicht Jetzt liebe ich es auch ähm Äh wird auch Ne Okay der kann den angreifen Also sollte der schon mal Ähm Wer ist Toto von Warhammer? Wenn ich mir auch alt finde Ne Dickel vorangreifen Sprinten Nein Guck dass die ähm Nicht von hinten angegriffen werden Weil die machen meistens am meisten Schaden Das war jetzt ein Wortspieler aber okay Okay ähm Mann Okay egal ich Bleib jetzt einfach zu Da kommt hier auf Der geht ein bisschen vor Der bleibt hier auch so Der bleibt hier auch so Also Nimmt am besten Also ich sage jetzt nicht dass es jetzt komplett wichtig ist aber Ich hab schon einige Erfahrungen mit dem Spiel gemacht Oh 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 Kunstig gibts abab Scheiße Ähm okay Okay. Die eine Heldin ist etwas in Gefahr. Okay, okay, okay. Boah. Die man auf alle Fälle fett schaden. So der... Was ist das? Der macht mehr Schaden. Der kann sich erstmal mit Flügel so ein bisschen. Der mit Animation ist ja richtig geil. Richtig nice, Alter. Wie das jetzt ausgeht, erfährt jetzt im nächsten Video. Sorry, aber... Ja, ich kann halt einfach so lange wie das nicht machen. Deswegen, ja, dann bis zum nächsten Mal.